Du sitzt mal an einem Bach und so trinkst ein Cappuccino, das wäre aber jetzt eher so oldschool. Weil manchmal muss man auch mal sagen, für den neuen romantischen Moment mag ich es einen Schritt weiter gehen. Hallo, ihr Langschläfer, Stubenhocker und ihr Langweiler. Willkommen bei Romantik Hotels. Entdecke und buche außergewöhnliche Hotels auf explore.romantikhotels.com. Explore Romantik. Sei du selbst Romantik, sei du der Bach.